Das Newarker Metropolitan Museum, die British Library London oder Papst Benedikt, sie alle sind Kunden der Grazer Firma Print & Art Faximile, weltweit führend in der Reproduktion alter Handschriften. Das Unternehmen hat sich auf allerfeinsten Offset-Druck spezialisiert. Es hat dafür ein eigenes Verfahren samt Spezialdruckmaschine entwickelt. Das Gerät arbeitet doppelt so fein wie herkömmliche Druckmaschinen. Die neue Technik findet Anwendung sowohl bei historischen Faximile als auch modernen Druckwerken. Alte Handschriften enthalten oft feinste Goldprägungen. Print & Art Faximile hat eine neue Methode gefunden, um diese hundertstel Millimeter kleinen Details zu duplizieren. Drei Worte bringen die Philosophie von Print & Art Faximile auf den Punkt. Druckwerk wird Kunstwerk. Druckwerk wird Kunstwerk.